Was ist Denken? Wahrscheinlich haben sehr wenige Menschen diese Frage gestellt. Wenn sie herausfinden können, was der Ursprung, der Anfang des Denkens ist, warum das Denken so außerordentlich wichtig in unserem Leben geworden ist, dann könnte durch diese Fragestellung selbst eine Wandlung stattfinden. Denken ist Teil des Gedächtnisses, nicht wahr? Unser Gehirn ist das Instrument der Erinnerung. Erinnerung an Dinge, die geschehen sind, Erfahrungen und so weiter, der ganze Hintergrund der Erinnerungen. Gedächtnis kommt aus dem Wissen, aus der Erfahrung, nicht wahr? Daher sind Erfahrung, Wissen und Gedächtnis und die Reaktion des Gedächtnisses das Denken. Dieser ganze Prozess des Erfahrens, Erinnerns, Festhaltens wird zu unserem Wissen. Und natürlich ist Erfahrung immer beschränkt. Dies ist eine komplizierte Frage. Alles ist kompliziert. Unterscheidet sich die Erfahrung von dem Erfahrenden? Finden Sie es heraus. Wenn es keinen Erfahrenden gibt, gibt es dann eine Erfahrung? Natürlich nicht. Daher sind die Erfahrung und der Erfahrende dasselbe. Genau wie der Beobachter und das Beobachtete. Der Denker ist nicht getrennt von seinen Gedanken. Der Denker ist das Denken. Erfahrung ist also beschränkt, wie Sie in der Welt der Wissenschaft oder auf jedem anderen Gebet feststellen können. Sie fügen dem Wissen jeden Tag immer mehr und mehr hinzu, durch Erfahrung, durch Versuche mit Tieren und all das Entsetzliche, das geschieht. Und dieses Wissen ist begrenzt, denn immer wird etwas hinzugefügt. Daher ist das Gedächtnis begrenzt. Und aufgrund dieses Gedächtnisses ist das Denken begrenzt. Da das Denken begrenzt ist, muss es unweigerlich Konflikte schaffen. Schauen Sie sich dieses Schema an.